Guten Morgen aus Mainz an diesen 23. Februar. Die Polizei erwartet Kneipen statt Straßen fast Nacht, die Rathaussanierung wird teurer und die aktuelle Corona-Lage. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Mainzer Fastnacht wird in diesem Jahr wegen Corona wieder ganz anders sein als gewöhnlich. Ob auf den Straßen und in den Kneipen etwas los sein wird, das fragen sich gerade nicht nur viele Närrinnen und Narren, sondern auch Polizei und Ordnungsamt. Diese gehen aktuell davon aus, dass einige Fastnachter ihren Weg in die Mainzer Innenstadt finden werden. Allerdings werde sich das närrische Treiben wohl eher in den Gaststätten abspielen. Für den öffentlichen Raum seien keine Veranstaltungen angemeldet, sagt die Polizei. Das gelte sowohl für das kommende Wochenende als auch für den Rosenmontag. Auch wenn die Behörden davon ausgehen, dass deutlich weniger Menschen unterwegs sein werden als sonst vorbereitet und präsent sein werden sie dennoch. Und das nicht nur wegen den Närrinnen und Narren, sondern auch, weil Gegner der Corona-Maßnahmen für Montag gleich zwei Demos angekündigt haben. Wir bleiben bei der Mainzer Fastnacht und schauen uns einen Narren mal genauer an, Markus Schwalbach. In seiner Rolle als Gardist ist er zum ersten Mal bei Mainz bleibt Mainz mit dabei. Ein Neuling auf den Fastnachtsbühnen der Stadt ist Schwalbach allerdings nicht, auf ihnen steht er bereits seit närrischen zweimal elf Jahren. Beim MCV trat er auf, bei den eiskalten Brüdern und einigen mehr. Und natürlich bei seinem Heimatverein, den Marienborner Brunne-Butzern. Dort ist der 38-jährige Sitzungspräsident. Dass er jetzt bei Mainz bleibt Mainz auftreten darf, sei eine ganz besondere Ehre für ihn. Als Timo Ried mir gesagt hat, dass ich dabei bin, konnte ich es fast nicht glauben, sagt Schwalbach. Privat lebt der 38-Jährige übrigens in Hechtsheim und arbeitet bei der R&V-Versicherung in Wiesbaden als Ingenieur. Wir bleiben in Mainz. Die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses wird wohl teurer als zuletzt prognostiziert. Der vom Stadtrat im September 2020 verabschiedete Plan für die Sanierung des Arne-Jakobsen-Baus enthielt eine Kostenplanung von rund 104 Millionen Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt gelte dieser Kostenrahmen noch. Die eingeplanten finanziellen Puffer seien allerdings aufgezehrt, so Oberbürgermeister Michael Ebling. Es gebe das Risiko einer Kostensteigerung um 25 Millionen Euro. Insbesondere die Entwicklung der Baupreise in den letzten 15 Monaten schlage mit über 11 Millionen Euro zu Buche. Das Land Rheinland-Pfalz stehe weiterhin zur Zusage der Landeszuschüsse in Höhe von bis zu 60 Prozent, berichtet Ebling. Dies beziehe sich auch auf die zu erwartende Kostensteigerung, sodass Mainz eine mögliche Steigerung nicht allein tragen müsste. Gute Nachrichten kommen aus Bad Kreuznach. Die Greyhound-Hündin Nala hat ein neues Zuhause in Wiesbaden gefunden. Sie war eine von 48 Greyhounds, die das Kreisveterinäramt aus völlig desolaten Verhältnissen befreite. Auch fünf Welpen wurden gerettet. Die 14-jährige Nala hatte erhebliche Verletzungen am Hinterlauf, konnte aber trotz ihres hohen Alters erfolgreich operiert werden. Bei der Tragödie um die Hunde handelt es sich offenbar um einen Fall von fehlgeleiteter Tierliebe. Denn in England, wo die Tiere für lukrative Rennen eingesetzt werden, werden Greyhounds eingeschläfert, sobald sie den gewünschten Erfolg nicht mehr bringen. Nicht wenige wollen den lauffreudigen Tieren deshalb gern ein neues Zuhause bieten. Ein Kreuznacher-Tierarzt mahnt dennoch zur Weitsicht, jeder müsse seine Grenzen kennen. Weiter keine Entspannung gibt es dagegen in der Ukraine-Krise. Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus reagiert. Die Europäische Union beschloss Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigte erste Strafmaßnahmen an und drohte mit weiteren. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus. Biden rechnet mit einer weiteren Eskalation von russischer Seite und mit einem groß angelegten Angriff auf das Nachbarland Ukraine. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1.278,9 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209.052 Corona-Neuinfektionen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 299 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ist gestiegen und liegt nun bei 6,21. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Rheinhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mainz und Rheinhessen. Hört euch aber auch gerne mal unseren Bubblebox-Podcast an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VR.